Meine neue Kampak T100 hat eine deutliche Schwäche in der Fokussierung. Die Kamera ist serieunverändert und wird ohne Zubehör eingesetzt. Wie man im Bild deutlich erkennen kann, sind die Aufnahmen im Nahbereich links unten sehr scharf fokussiert, sogar ganz nah an der Kamera, und im mittleren und rechten Teil des Bildes verschwimmt der Fokus immer mehr. Dies macht schöne und brauchbare Nahaufnahmen eigentlich unmöglich. Verwunderlich, dass die Industrie der Optik von Wildkameras so wenig Bedeutung zumisst, und dies vor allem, wenn im gleichen Haus hochwertigste Action an Dashcams hergestellt werden. Ich werde zumindest Kampak auf den Umstand hinweisen und um Rückinformationen bitten. Hier noch ein paar Testbilder mit Vorlagen. Man erkennt deutlich, links das Kreuz ist scharf, rechts ist es unscharf. Hier eine andere Fokusvorlage. Man sieht deutlich die feinen Streifen links sehr gut sichtbar und rechts komplett verschwommen.